Ich will meine Forschungen unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Wir müssen die Jakten finden, aber wo sind die überhaupt? Ich weiß, wir sind mal lang gegangen, ne? Stimmt. Wo sind die ganzen Leute von uns? Ich hoffe, die sind nicht umgekommen oder so. Ne. Sind die umgekommen? Mach keinen Scheiß. Das wäre richtig mies. Was zum Teufel? Sorry, aber sind die neu aufgetaucht? Okay, dann würden wir sagen, greifen wir an, oder? Gleittritt, let's go. Tut mir leid, Freunde, aber ihr habt euch mit dem Falsche angelegt. Zack, in your face. Übel, ey. Was haben sie sich dabei gedacht? Wo sind unsere Leute? So, wartet mal. Wir müssen hier natürlich den Spuren folgen. So, ich glaube... Der Weg führt hier lang. Dr. Youngs Fingerabdrücke suchen. Das ist der Weg, Freunde. Oh, wartet mal. Hier sind noch Jokers Zähnegebisse und so. Ah, ne, 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 ne. Hier ist ein Gegner oben. Ich gehe mal andersherum. Wartet mal. Oha, das kann ich sogar kaputt machen. Sehr gut. Mache ich natürlich hier. Zack. Einmal durch. Gibt's hier was? Ähm. Bro, was ist das hier eigentlich? Das habe ich mich jetzt schon die ganze Zeit gedacht. Kann ich das auch kaputt machen? Mach's mal. Nee, bringt nichts. Schade. Nee, hier war aber gar nichts, oder? Nee. Versuch war es wert. Das ist ja komisch. Aber wir sind... Hier haben wir scheinbar einen Gegner, Freunde. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich den angreife. Nämlich so. Ja, er ist hier, Kollege. Dein bester und größter Albtraum, würde ich sagen. Ja, wir können sehr, sehr gerne beenden. Wenn ich ihn in die Faust gebe. So, zack. So, und hier auch nochmal eine reinhauen. Yes. Ey, wie die wegfliegen. Es ist so bekloppt. Er sieht so bescheuert aus. Sorry, aber... Er sieht so behämmert aus. Sorry. Bibliothek. Unbewaffnet. Das gefällt mir high. Yes. Yes, yes, yes. Haus über Faust, um ehrlich zu sein. Nein, nein, nein. Ich schlag gar nicht wie ein Mädchen, Kollege. Das wollen wir nicht wie die anderen. So, on your face. Zack. Junge, das ist so krass, ne? Junge. Wie kann man so messersüchtig sein? Also wirklich jetzt mal. Ich hab auch so messersüchtig zu sein. Wie kann man so messersüchtig sein? Hilflichen Glückwunsch. Jetzt musst du nur noch einen Spaziergang nach unten machen und die hilflosen Kreiseln retten. Richtig? Ja. Joker redet wieder mit uns. Heiliger Bim-Bam, ey. Der Verrückte, ne? Der tut so, als wäre nichts. Ey, ist eigentlich voll in Gefahr, Joker. Ich glaub, wir müssen unten lang. Wartet mal. Nee, nee, nee. Ich mach Quatsch gerade, Melek. So, wie ihr seht, führen die Spuren irgendwie runter. Vermute ich zumindest. Ja, ich seh's gerade. Hier sind die Spuren von Dr. Youngs. Fingerabdrücke. Kann ich hier durch? Wie frustrierend. Du hast gedacht, das würde leicht werden, oder? Hast du heute Nacht nichts gelernt? In zwei Minuten wird sich der Saal mit Lachgas füllen. Das Publikum wird in Ekstase geraten. Und dann sterben. Was ist das denn? Hä? Geht's auf Zeit, oder was? Ich hab hier keine Zeit. Fingerabdrücken. Ah, shit. Ich komm hier nicht durch. Noch eine Minute dreißig. Ich muss sagen, ihr wird jetzt schon langweilig. Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und... Das geht auf Zeit, ne? Nur ein Scherf. Ich glaub, wir müssen hier lang. Glaubst du wirklich, dass ich dich die Treppe benutzen lasse? Da muss ich oben lang. Wieder eine hoch. Hier lang, oder? Junge. Hier ist ja alles gesperrt. Geh mal wieder oben lang. Hier. Das ist es. Öffnen, komm. Eine Minute, meinte der Typ. Ich muss mich beeilen. Shit, shit, shit. Ich hab keine Ahnung, wo lang ich gehe gerade. Um ehrlich zu sein. Boah, das ist mega kacke gerade. Komm, 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 komm. Ich muss ganz weit nach oben. Der Typ ist wahnsinnig. Hier. Das ist es. Direkt runter. Yes. Ich komme. Alter, ist das geil. Komm, entschärfen. Der Typ hat ein Status nicht ruiniert. Fake? Danke, Batman. Sind Sie alle weg? Ja, Sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen. Als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und Sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Dr. Young war weg. Ich habe eine Stimme aus dem Funkgerät gehört. Ihn wurde befroren, sich im Büro des Anstandsleiters zu treffen. Dr. Young hat versucht, ihre Forschungsaufzeichnungen über die Formel zu verstecken und sie gefangen wurde. Wo hast du sie versteckt? Oh mein Gott. Heiliger Bimbom. Okay, die Geiseln haben wir eigentlich mehr oder weniger befreit. Oder gibt es noch welche? Das ist so krass. Junge, das war richtig geil jetzt hier. Das fand ich unnormal geil. Das hat mich voll übel an den Film erinnert von Batman mit Christian Bale. Der Typ ist geistigst krank. Joker ist und bleibt ein Psychopath. Sagt, was ihr wollt. So ein geiles Spiel, ne? Wirklich. Aktiviere, um bla 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 um weit zu verfolgen. Alles klar, warte mal. Die ist hier lang gegangen. Hier, durchsuchen. Was ist denn hier? Oha. Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Hm. Was hast du da, Batman? Nein! Nicht die Formel! Was mache ich jetzt bloß? Wer kann mir jetzt helfen? Was? Vielleicht unser alter Freund Seth? Hm. Ich bin ihm gerade auf seinem Weg zurück aus den Gärten begegnet, wo er sicher wieder seinen kranken Fantasien nachgegangen ist. Vielleicht bringt er sie zum Reden. Ich bin mir fast sicher, dass er es schafft. Guter Plan, Bats. Rettet Dr. Young im Büro des Anstaltleiters von Fort Sass, oder wie der Typ heißt. Heinegabend, okay. Da war es gut, dass wir hier nochmal alles uns angesehen haben hier an der Stelle. Wirklich cool gemacht. Also, Joker ist und bleibt ein vollkommener Psychopath. So, kann ich jetzt hier durch? Ah, shit. Kann ich immer noch nicht. Was ist denn da drüben eigentlich? Das freut mich schon die ganze Zeit. Hau mal hier auf, hier. Komm. Kann man hier irgendwas machen? Oh, nee. Noch eine Rilla-Trophäe, oder was? Brauche ich nicht. Mag ich auch nicht. Aber. Oh, Sackgasse. So, wartet mal, Freunde. Also, wenn das hier... Vielleicht könnten wir oben lang nochmal gehen. Das könnte auch sein. Vielleicht können wir jetzt oben lang, oder so. Nee, immer noch gesperrt. Was soll der Quatsch denn? Warte, muss ich hier woanders lang gehen? Ich muss hier wieder zurück. Warte mal. Ich muss raus? Nee. Alles klar. Ich glaube, ich muss dann den Weg zurück. Würde ich sagen. Schätze ich jetzt einfach mal, Freunde. Wayne Manor. Let's go. Alter. Was ist das denn für ein Weg? Hä? Was ist das für ein Weg? Den kann ich mir so gar nicht. Nee. Nicht schon wieder. Albtraum. Irgendein Streich von Joker. Ja. Komisch. Ich kann nicht glauben, dass du darauf bestanden hast, den Film nochmal zu sehen, Bruce. Komm schon, wir kommen zu spät zu Alfred. Es tut mir leid, Daddy. Sei nicht so hart zu ihm drum. Er liebt es doch so. Alfred wird warten. Mach weiter, Bruce. Was zum Teufel? Wo bringst du uns hin? Wir können hier lang gehen. Aber es fängt an zu regnen. Bruce ist müde. Können wir nicht hier auf ihn warten? Komm schon, los weiter. Wir sind fast da. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Kann ich mal schneller laufen. Ganz ruhig, Lady. Oh Gott. Bitte, dafür gibt es keinen Grund. Lass, wo du bist. Ich schiefe. Ich gebe ihm, was sie... Oh, Daddy. Tom. Oh Gott. Oh Gott, Tom. Wenn sie stillreden. Ruhe jetzt. Her mit den Perlen. Gehen sie weg von mir. Lass. Mami. Nein. Oh mein Gott. Der Vater und die Mutter von Bruce Wayne. Muss ich was machen? Lol. Ich musste als Klär... Geht's ihm gut? Er schafft schon. So ein Junge mit so viel Geld. Dem wird's schon gut gehen. Sei still. Krank. Er ist acht und ganz allein. Das kann auch Geld nicht ändern. Wie du meinst, Gordon. Sein Butler kommt, um ihn abzuholen. Hast du gehört? Er hat einen Butler. Das tut mir leid. Ich muss dir nur einige Fragen stellen. Kann ich dir was bringen? Ist alles okay? Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten. Aber nur so können wir den Schuldigen finden. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Was ist das denn bitte? Endgegner? Endboss oder so? Lol. Digga, wohin muss ich? Was war das? Nein. Scarecrow. Den kennen wir. Eine weitere Hallizination, liebe Freunde. Und ich bin gespannt. Dann gucken... Oh. Lol. Was war denn das jetzt? Das ist mir fast runtergefallen. Scarecrow. Missioner gescheitert. Dann machen wir das nochmal, Leute. Was war denn das jetzt? Okay, noch einmal. Bossfight oder so. Keine Ahnung. Lol. Spring doch. Scarecrow. Sorry, aber... Ich kann nur schnell laufen. Ich glaube ich anscheinend. Ich kann nicht... Ah, nee. Lol. Du hast versahen. Jetzt leide. Entschuldigung. Entschuldigung. Noch einmal. So, hier springen wir auch nochmal. So, jetzt warte ich hier, aber ein bisschen länger. Vorhin bin ich gelaufen und dann hat er mich sofort bekommen. Jetzt muss ich warten. Nein! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Noll. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Hä? Das war ja richtig komisch. Renn, 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 renn. Okay. 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 Okay, 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 okay. Jetzt bin ich gerade sehr unkonzentriert. Der Typ ist crazy. Der Typ ist offensichtlich crazy. Sorry, Leute. Sorry, also... Ja. Ich mach's nochmal. So, jetzt warte ich wirklich. So, er ist einmal rübergegangen. Jetzt geht er wieder rüber. Ah, wartet mal. Ich hab'n'idee. Ich hab'n'idee. Hier. Ich brauch' den hier. Sonst pack' ich das nicht. Scarecrow. So, Eselkopf. So, nochmal. Ich nehm' ich auch mal runter hier. Sonst pack' ich das gar nicht, weil der Typ immer so ein bisschen guckt, der Pimmel. Esel, ey. Komm, 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 komm. Wow, war das knapp. So, hab' ich hier irgendwas noch? Backclaw abfeuern. Zack, komm. So, jetzt sprinte ich direkt rüber. Yes. Freunde, wir haben's geschafft. Glaub' ich zumindest. Lol. Lol. Hä? Ich werd' angegriffen, oder was? Lol. Lol, das glaub' ich auch uns selbst nicht. Ich muss gegen irgendwelche Skelette oder so fighten. Dumm Skelett. Ich glaub' wohl echt nicht, ey. So. Mal einfach gegen Skelette fighten, oder was? So, was ist hier? Oh, der Typ hat mich im Visier, wirklich. So, schnell durch. Hier warte ich. Hoch. Hallo, hoch. Geht doch. Hier warte ich nochmal. Ey, so krass. Nein, Scarecrow. Du willst uns nicht das Handwerk legen. Was sag' ich dir? So. Hier muss ich auch rüberspringen, entscheidend. Aber das wird hier sehr brenzlig, glaub' ich. Hier warte ich nochmal am besten. Sicher ist sicher. Gefährlich. Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, Kollege. So, hier warte ich nochmal, weil er hier rüber geht, irgendwie. Junge, ist das krass. Du Eselkopf, ey. Schnell hier rüber. Junge, ist das krass. Dann holt er wieder irgendwelche Gegner raus, oder was? Ja, immer noch. Alles klar, komm mal. Komm mal her. Was, Glattfiles hier. Ja, die kann ich aber sehr untote jetzt hier. Die kann ich ja schon geben hier. Zack. So, komm mal her, Kollege. Ich hol dich mir. Zack. Das ist ein kurzer Prozess. Und jetzt kann ich, würde ich sagen, schnell rüber. Wow, ich glaub, wir haben echt nicht mehr Länge. So, hier muss ich hoch. Junge, voll geil gemacht, ehrlich. Aber ich muss sagen, vom Setting her, indem ich das immer mega krass an. Prince of Persia. So. Hier muss ich rüber springen. Yes. Dein Verstand wird wie Glas zersplittern. Niemals. Let's go. Oh, shit. Nein. Da hat er mich direkt gehabt, ey. Egal, wir haben einen Safe Point. Das ist das Gute. Ah, Mist. War knapp. Nochmal. So, dann geh mal rüber schnell. Nein, was ist denn das für ein Sprung gewesen? Wie dumm war das? Wie dumm war dieser Sprung hier bitte? Noll. Also, sorry. Was zum Teufel? Hä? Also, sorry, aber. Der Sprung war ja richtig los. So, was. Wir haben einen Sprung hier. So, jetzt warte ich. So, und den anderen? Ja, geht doch. So, hier warte ich auch. Bis er drüber ist. Mit seinen Augen. Mit seinem Blick. Let's go. Jetzt. Das ist unsere Chance. Let's go. So, hier warte ich. Scarecrow. Dein Ende wird's. Jetzt. Bald. Passieren. Let's go. Angriff. Krass Leck, ey. Aber übelst Leck. Oha. Hat jemand die Präder rausgeschehen? Los, jemand muss doch gesehen haben, wo er hin ist. Ein frühleiflösender Mann, der eine Ruh anträgt, der aus dem Fakten hervorspringt und nutzlosen Gangstern den Haupt abreißt? Ist es jemand? Nein? Hahaha. Gut. Säß hat auf der jungen Büro des Anstreitsleiterschaft. Einfach die Glocke genutzt. Junge, wie krank. Einfach kaputt gemacht, damit wir durchkommen können irgendwie. Ich hoffe, das war gut. Oha, jetzt muss ich hier runter, oder was? Junge, es ist so geil gemacht. Sorry, aber es ist so dermaßen geil gemacht. So, hier kann ich doch irgendwas ausschalten, oder? Nee. Junge, ist das geil gemacht, ehrlich. Boah, sorry, aber das ist richtig geil. Warte, ich bin mal einmal kurz hier hoch. Gab's hier was? Nee, aber ich frage mich schon, was das die ganze Zeit ist. Diese Käfer und so. Wirklich, dieses Game ist geisteskrank geil. So, jetzt müssen wir mal hier lang. Schön. Der Korridor des Ostflügels, Freunde. Und hier sehen wir uns natürlich logischerweise in der nächsten Episode. Vielen, vielen Dank, dass ihr wie immer da draußen eingeschaltet habt. Haut rein, euer Melek. Ciao, ciao, ciao. Healthcare. Bis zum nächsten Mal.